Moin moin, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge hinter Kaifeck Kartoffelhof. Wenn es dir gefällt, was du hier siehst, dann lass doch sehr gerne ein Abo da, lass sehr gerne ein Like da und schreib auf jeden Fall einen Kommentar. Und vergesst niemals die Glocke zu aktivieren, ich würde mich darüber freuen. Und wir sind heute auf jeden Fall nochmal mit unserer Sulky unterwegs. Ich muss ehrlich gestehen, nachdem ich jetzt so mehr als die Hälfte des Feldes mit der Sulky fertig habe, ist eine feine Saatmaschine. Also die würde mir tatsächlich gefallen. Vor allen Dingen ist es mal was anderes. Man hat permanent so Amazone rumstehen, dann hat man vielleicht nochmal ein bisschen Querna Land oder so was oder Kuhn rumstehen, je nachdem was man gerade braucht oder eine Federstadt. Aber eine Sulky habe ich, bevor jetzt das Ganze als Mod kam, kannte ich Sulky gar nicht als, ähm, Saatmaschine. Der Name Sulky ist mir schon ein Begriff, allerdings nicht im Landmaschinenbereich, sondern in Form von so einem kleinen, ähm, wie nenne ich es denn mal, sehr hässlichen Auto. Das heißt, glaube ich, auch Sulky. So ein kleines Vierachsding irgendwie aus den 80ern oder so was, ganz hässlich. Und, ähm, also, wenn du Sulky magst, dann natürlich nicht. Aber, ich weiß auch nicht. Hier der, der, na, wie heißt er nochmal? Der, der Bruder von Hermann. Der hat früher so ein Ding gefahren. Um Gottes Willen. Er hat einmal gesagt, ich soll mitfahren. Ich hab gesagt, wo ist denn da Platz in dem Ding? Aber gut, muss jeder selbst wissen. Äh, ne, also, gibt wohl Liebhaber für das Ding? Ich bin keiner. Ja, und deswegen, daher kannte ich den Namen Sulky. Aber jetzt als Saatmaschine kannte ich das Ganze nicht. Und, ich sag ja, nachdem wir jetzt hier fast das ganze Feld fertig haben, gleich noch Vorgewende. Oh, beziehungsweise Nachgewende in dem Falle. Und, ja, würde ich mir zulegen, würde ich mir anschaffen, äh, wäre was für mich. So, das ist nun mal, nun mal so. Ich meine, ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Saatmaschine haltet. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere so einen, der von euch auch in Reel. Das wär mal interessant, ob's die hier in Deutschland gibt, weil, ich sag ja, sowas man so am Straßenrand, oder wenn man auf der Straße fährt, sieht an Saatmaschinen, da kommt sowas hier natürlich, äh, also würde einem auffallen, sag ich mal. Hau es unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und, bin gespannt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier das Ganze fertig machen. Und werden uns dann, äh, werden den hier wieder, wieder bei Ralf auf den Hof stellen. Und, ich denke mal, wir werden, wir werden dann Richtung, sag mal schnell, Feld 1 fahren. Und wahrscheinlich mit dem, mit dem Steiger noch unterwegs sein. Ich weiß bloß nicht, ob wir das heute noch, noch zeitlich hier hinbekommen. Kann sein, dass das alles ein bisschen eng wird, ein bisschen knapp. Und wir das Ganze vielleicht dann erst beim nächsten Mal angehen können. Das war ein bisschen weit. Aber was ich euch so schon mal sagen kann, für das Feld hier ist heute auf jeden Fall die letzte Folge von dem Feld. Ja, das heißt, die Aussaat des Roggens machen wir durch. Das nächste Mal Roggen werden wir dann wahrscheinlich sehen, wenn wir den spritzen. Weil, ich möchte fast behaupten, den Roggen müssen wir spritzen. Ich weiß zwar noch nicht, welcher meiner Schlepper mit Pflegebereifung fahren kann. Ich glaube, der kleine 3000 hat Pflegebereifung. Der kleine John Deere. Was hätte ich denn sonst? Der, nee, wir haben, stimmt, 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 stimmt. Wir können uns zur Not auch den MB-Trag leihen. Stimmt, das würde gehen. Wobei wir, ja, doch, doch, doch. Muss ich mal gucken, werde ich den Nachbarn wieder anhauen wegen einer Spritze. Ja. Nur kurz mal nachdenken, ich bin immer so, die Nachbarn sagen immer, was sie haben. Und du sagst dann so, ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Und wenn du es da mal wirklich brauchst, wenn du es mal wirklich drauf anlegst, dann denkst du dir so, was war das jetzt nochmal, was die haben? Da ist dann immer so, hm, es war bestimmt etwas, was ich brauchen kann. Höchstwahrscheinlich. Aber was? Was ich auf jeden Fall euch noch mitteilen möchte, ist, ähm, ich war gestern noch nach der Folge bei Paul. Paul hat uns ja herbestellt, weil es ihm nicht so gut geht. Der hat ja Hermann und mich herbeordert, beziehungsweise herbeordert ist jetzt übertrieben. Er hat angefragt, ob wir ihm Hilfe aushelfen können. Und aufgrund dessen sind wir hergefahren. Ähm, es sieht wohl so aus, als ginge es Paul immer schlechter. Das bedeutet also, wir wissen nicht genau, ob er es schafft. Sagen wir es mal so, wie es ist. Ähm, es könnte sein, also wir hoffen, dass er jetzt Weihnachten und das nächste Jahr noch erlebt. Aber es kann durchaus sein, dass Paul vielleicht nicht mehr so lange macht. Er selber sagt, Unkraut vergeht nicht. Er schafft das. Aber die Ärzte sind da sehr skeptisch. Und, muss ich sagen, schade. Aber, ähm, da kommt mein Dilemma. Denn eigentlich haben wir unseren, ja doch, ich würde sagen, recht gut laufenden Hof in Holz. Und auf der anderen Seite haben wir hier einen sehr guten Hof. Schön gelegen. Äh, mit Schwerpunktkartoffeln, mit Verträgen für Fabriken, etc. Und da kommt jetzt mein Dilemma. Holz. Oder vielleicht, wenn es so sein sollte, den Hof hier. Ich meine, klar, es ist natürlich von vornherein jetzt ein bisschen blöd darüber zu reden, wenn, wenn Paul noch da ist. Aber, wenn wir erst anfangen zu überlegen, wenn Paul von uns gegangen ist, haben wir ein Problem. Und, deswegen muss ich mir da vielleicht schon mal Gedanken darüber machen. Ich habe jetzt mit Hermann und so noch gar nicht gesprochen. Ich habe mir jetzt überlegt, weißt du, wenn du jetzt hier auf dem Acker durch die ganze Zeit die Bahn fährst, da hast du natürlich Zeit, über sowas mal nachzudenken. Und, ich weiß es nicht. Also, Fakt ist, in Holz haben wir keine Verträge. In Holz haben wir zwar den Franz. Aber, ansonsten haben wir da niemanden, der uns irgendwas abnimmt. Hier hätten wir schon mal eine Produktion und hier sind auch noch relativ viele Produktionen um die Ecke. Was also bedeutet, dass wir hier durchaus Potenzial haben, um auch noch mehr Güter loszuwerden. Und, deswegen ist das so ein bisschen, ein bisschen zwiegespalten. Ich meine, ich mache jetzt keine Umfrage, weil es ist doch nicht spruchreif. Wie gesagt, ich weiß nicht, was mit Paul ist. Es ist jetzt nur mal so ein Gedankengang von mir. Eure Meinung ist natürlich unten in den Kommentaren sehr, sehr gerne gesehen. Gar keine Frage. Da muss ich mir schon so ein bisschen... Ich weiß nicht, also ich finde den Hof hier schön. Gar keine Frage. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Also, von Paul geführt, sehr gut gemacht. Und man sieht halt auch, dass der über die Jahre sich aufgebaut hat, der Hof. Und das, was dazugekommen ist, dass es auch mal schlechtere Zeiten gab. Das siehst du dem Hof alles an. Und deswegen will ich den eigentlich ungern hergeben. Wobei, auf der anderen Seite, den Holz haben wir erst frisch gekauft. Wobei, wobei wir bei der Holz ja auch sagen müssen, Wir haben Emily und Lisa. Die einen recht guten Job machen. Und die mittlerweile beide mit ihren Freunden kurz vor der Ehe stehen. Vor der Eheschließung. Bedeutet also, die sind eh bei dem einen Hof im Moment beide. Aber die einen überlegen, ob sie sich noch einen Hof zulegen sollten. Im Moment ist aber keiner frei. Im Moment bewirtschaften sie den Holz, unseren Hof. Und machen das sehr gut. Also, ich bin eigentlich quasi täglich mit denen am Sprechen. Gerade auch in Bezug auf, was getan werden sollte. Was vielleicht noch an Tieren besorgt wird. Etc. Etc. Und deswegen, also, ist so eine Sache. Ist ein kleines Dilemma. Muss ich ehrlich gestehen. Er meint, klar, im Zweifel gebe ich den Hof natürlich in die Hände von denen. Also, ich werde jetzt hier keine öffentliche Ausschreibung für den Hof machen. Sondern wenn, dann verkaufe ich den an Emily, ist es. Und, ne, Lisa hat jetzt den, den, quasi den eigentlichen Obst- und Gemüsehof da übernommen. Den wir vorher hatten. Und Emily hat sich dazu entschieden, den anderen Hof zu nehmen. Also, unseren Hof erstmal zu bewirtschaften. Um zu gucken, ob das überhaupt für sie in Frage kommt. Weil sie war bis jetzt immer nur nebenbei. Lisa hat alles gemanagt. Ne, Lisa war so ein bisschen älter. Und, ähm, Emily war immer so, ich geh mit, ich guck's mir an. Aber, ich möchte die Verantwortung nicht. Und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert in letzter Zeit. Gerade jetzt, wo sie notgedrungen den Hof übernehmen musste. Weil Lisa sagte, zwei schaffe ich nicht. Und, ja, ja. Bin am Überlegen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so, so verkehrt jetzt. So zum Jahreswechsel, zu Weihnachten hin. Denen, da vielleicht als kleines Geschenk. Vielleicht. Lass uns mal gucken. Achso, Moment, was mache ich eigentlich hier? Ich wollte wenden. So. Also, wie gesagt, alles, alles nur Überlegungen. Nichts sprachreifes. Es geht halt nur darum, wenn, wenn Paul da wirklich was passiert, dass ich da irgendwie nicht in Schockstarre verfalle. Und das Ganze so nach dem Motto, oh Gott. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Deswegen fahre ich auch öfter ins Krankenhaus. Und deswegen fahre ich auch ab und zu mal hin. Und bevor ich mit Paul rede, rede ich mit den Ärzten oder hinterher mit dem Arzt. Ähm, ich bin zwar kein Familienangehöriger. Das nicht. Aber da Paul so kaum Verwandtschaft hat, beziehungsweise keine, die hier in der Nähe ist, äh, hat er mir quasi das Recht unterschrieben, dass ich da Auskunft kriegen darf. Und, ähm, das macht der Arzt auch. Der sagt mir dann auch Bescheid. Hält mich da quasi auf dem Laufenden. Und manchmal gehe ich halt einfach hin und, 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 und frage, frage so mal nach. Was mich halt interessiert, ne? Ich muss ja auch weiter planen. Ich kann ja nicht nur, nicht nur hier planen, sondern ich muss ja dann auch, wie läuft das weiter? Wann fahren wir zurück? Ne, wie lange muss da ausgeholfen werden? Muss da überhaupt lange ausgeholfen werden? Das sind alles Überlegungen. Achso, Moment, ne, stopp, 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 stopp. Wir fahren nicht über das Kartoffelfeld, wir müssen außenrum. Stimmt, was mach ich eigentlich mit den Kartoffelackern? Ich lass das als, als offenes Feld. Ja. Wird sich wahrscheinlich nächstes Jahr der Season-Mod beschweren, wenn dann auf einem Teil nix war, aber gut. So. Es ist immer so, immer so schwierig, ne? Wenn man sich überlegt, womit man eigentlich, man ist hierher gekommen, um nur kurz auszuhelfen. Da gab's, sollst du kurz einen Krankenhausaufenthalt geben und dann erfährst du sowas jetzt hier. Das ist, ist, ist schwierig. Ist schwierig. Ich hab damit auch nicht gerechnet. Und, äh, Hermann, hab ich davon vorhin kurz erzählt, der war sichtlich geschockt. Also, der hat damit auch nicht gerechnet. Ich mein, wir kennen Paul halt, ne? Da waren wir auf dem, auf dem, äh, Trecker-Treffen. Nicht Trecker-Trek, auf einem, auf einem Treffen. Ne, mit dem, mit dem, mit dem Oldtimer. Wir sind da mit den MB-Trucks hin. Und, ähm, hä, musst du dir vorstellen, wir kommen da an. Und dann hast du da Paul auf der Tanzfläche. Ja, ich mein, der ist ja nun mal seine, seine 70-plus hat er erreicht. Er hat nie gesagt, wie alt er ist. Er sagt immer, er ist noch jung. Aber wir wissen, dass er so 70-plus ist. Und, ähm, also locker. Kann auch sein, dass er schon 80-plus ist. Auf jeden Fall war er da quietschfidel am Tanzen over Tanzfläche. Und du hast dir gedacht, was ist das denn für ein junger Hüpfer, so ungefähr. Und, äh, dann kam er mit ihm ins Gespräch. Und, war, ist ein feiner Kerl. Definitiv. Und, naja. Jetzt machen. Wenn die Zeit gekommen ist, ist die Zeit gekommen, ne? So, ich erinnere nur an, wie hieß er denn noch? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Es ist mir entfallen, verdammig. In der Stappenbach. Der, der, ähm, wir hatten erst den Schweinehof ganz am Anfang in der Stappenbach. Und, dann haben wir ja den Kuhhof übernommen von. Wie hieß er denn noch? Ah, Mensch, da waren wir doch auch bei der Beerdigung. Oh, wie hieß er denn noch? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich komme gerade nicht drauf. Ich hatte es gerade auf der Zunge, jetzt ist es weg. Ja, haut es mal unten in die Kommentare. Wie hieß er denn noch? Und das ist genau dasselbe jetzt, irgendwie. Ah, gut. Was willst du machen? Solange Hermann bei uns bleibt, ist alles gut. Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Hermann ist jetzt auch schon knapp an die 60. Muss man sehen, wie man, wie man das macht, ne? Jung ist, jung ist was anderes. Apropos, ne? Ein kleiner Hinweis nochmal hier auf unsere wundervolle Tasse. Die letzte davon. Nein, die vorletzte, weil die letzte behalten wir. Aber die letzte Tasse für euch gibt es morgen Abend ab 20 Uhr auf dem Kanal von meiner Frau und mir zur Verlosung. Ja, also seid auf jeden Fall dabei. Morgen Abend ab 20 Uhr ist ja ein Multiplayer-Projekt. Da geht es auf die Hopfach. Und wäre cool, wenn ihr alle dabei seid und wenn einer von euch die letzte Tasse sich nur sichert. Die anderen drei Tassen, nein, die ersten zwei sind sicher angekommen. Bei der dritten, die müsste eigentlich heute oder spätestens morgen ankommen. Werden wir wahrscheinlich erfahren, ob sie auch angekommen ist. Dann, und die letzte Tasse geht morgen, wird morgen verlost. Problem wird bloß sein, dass wir das bis Weihnachten wahrscheinlich nicht schaffen, euch zu schicken. Weil morgen ist Freitag. Wir können sehen, dass wir Samstag rauskriegen. Aber ich glaube, das wird vor Weihnachten nichts. Glaube ich nicht. Aber auf jeden Fall morgen Abend ab 20 Uhr. Und würden uns auf jeden Fall freuen, wenn... Plätze sind noch frei auf dem Server. Ihr könnt mitspielen, wenn ihr wollt. Sehr gerne. Einfach bei dem Stream dabei sein. Und alles weitere da erfahren. Die Mods dazu werden unter der Stream-Ankündigung sein. Ihr müsst eigentlich heute Abend reingehen, rauf gehen, online gehen. Also spätestens morgen früh müsstet ihr die Stream-Ankündigung sehen. Und dann könnt ihr da auch schon die Mods runterladen, wenn ihr neu mitspielen wollt. Genauso wie ihr bei Atlas mitspielen könnt. Genauso wie ihr bei Minecraft mitspielen könnt. Einfach am besten immer in den Streams da sein. Bei Atlas ist ein offizieller Server, also einfach auf den EU-Server. B12, The Cheerless Island. Kommt zu uns, habt Spaß mit uns. Folgen könnt ihr immer bei meiner Frau auf dem Kanal sehen und bei mir auf dem Kanal. Und Minecraft ist auch unser Server. Das könnt ihr auch bei meiner Frau und mir sehen. Und deswegen, seid dabei. So. Jetzt sind wir fertig. Fertig. Das ist gut. Weil wir wollen ja noch nach dem... Nach dem... Na, sag mal schnell. Nach dem Feld gucken. Ob wir das jetzt grubbern müssen oder nicht. Aber erst mal bringe ich den hier zurück, weil ich habe meinen Schlepper noch bei Ralf stehen. Darf ich den mal ein bisschen überholen? Ich habe gerade keine Zeit. Passt, 50 läuft. So. Das müsste... Nicht zu schnell werden. Hier schon? Ne. Ja doch, wir hätten da reinfahren können. Das war der Schleichweg. Von hinten rein zu Ralf. So. Stell ich ihm den mal hier hin. Den brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Ne. Bin mal so frech. Schickes Ding. Gefällt mir. So. Wir nehmen unseren mit. Und eiern mal zum Feld zurück. Gucken wir mal, ob wir das grubbern müssen. Ich bin mir nämlich gar nicht so sicher. Wir können gleich durchackern. Wir fahren einfach am Hof vorbei. Das passt schon. Oder über den Hof. Das läuft. So, liebe Lüten. Ich würde aber sagen, für euch soll es das für heute gewesen sein. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht. Hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sage, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.